Hey Guys, Willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Schwarz. Hey cool, die halten meine Pokémon zum zweiten Mal. Also hey guys, Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2 im letzten Part. Oder, ich glaube, in den zwei letzten Parts haben wir die Plasma-Fregatte versucht zu erobern. Versucht zu erobern. Oh komm, Gefängnismann. Komm ich hier jemals wieder raus? Ah doch, oder? Da lang geht... Aha! Ich weiß nicht, wie eine Plasma-Karte oder was das auch ist. Gibt ihr uns die? Ich glaube, ich habe vergessen, weil es das Passwort war. 3 der 4 Ziffern sind gleich. Okay, das sind Zahlen. Ach, okay. Die gibt uns die Plasma. Ich glaube, es war 7,7,0. Oder 7,7,7,0. Alter, ich weiß nicht mehr, was ich sag. Soviel ich weiß, habe ich bei Geilkeits abgeschaut und der hat, glaube ich, 7,7,7,0 benutzt. Boah, ich sag noch nicht, ich weiß es, ey, von wegen. Ich bin so dumm. Ich gebe erst mal an. Oh, Junge. Ich meinte, boah, Weiber. Hör diese dumme Weiber mit dir in Verkiftungen, man. Das geht gar nicht. Das ist was mit dem Gegengift. Yes. Singo. Das ist verfeindet mit Wibitys. Wibitys. Wibity. Wibididididididi. Dammit, Dammit, Dammit. Meine zwei Schwestern Pokémon sind jetzt Herakium und Demdrago. So, die Level meiner Pokémon fallen mir trotzdem, selbst wenn ich zweimal eine Pokémon nicht unbedingt sehr starke Level habe. Egal. Das ist kein Problem, weil hier die meisten Pokémon nicht unbedingt ein Problem für meine schwachen Pokémon sind. Ja, schon. Ah, Singo, wieso verrext du nicht? Ich sag immer Sengo, obwohl es Singo heißt. Da war ein komischer Name. Singo. Sengo. Oh, genau. Ich bemerke, ich bemerke die sehr fiktiven Sachen erst später, ey. Das ist ja auch mal toll. Yeah, Plasma-Karte. Plasma-Karte. Oh, muss ich erstmal meine Poki-Zeilen, wenn ich an die Nazionen komme. Oh Gott, hat mich gesegnet, ey. Ich bin so einfach an den Arzt angekommen. Gott sei Dank, ich bin so schnell hingekommen. Ich hab gedacht, das wird mich jetzt so ein paar Minuten kosten. Hm, lecker kosten. Okay, wir hatten irgendwas mit einer neuen, noch einer neuen, glaube ich. So drei der neuen, drei der vier Ziffern sind gleich. Mal hier lang. So, was sagt der? Okay, das ist dann nichts. Boah, wieso sagen die mir nichts? Auf jeden Fall weiß das... Ist die neun. Okay, ein mal neun. Wer will zweimal neun? Okay, dreimal neun auf jeden Fall. Es ist dreimal neun. Das wissen wir schon mal. Drehen mal neun. Okay, wir haben jetzt dreimal neun auf jeden Fall. Scheiße. Dreimal neun. Ich mach mal neun, neun, neun. Ich versuche es mal. Neun, neun, neun. Null. Was ist ich? Fuck. Okay, auf jeden Fall dreimal neun. Aber was ist die letzte Zahl? Ah ja, stimmt. Aha, was wird das falsch? Ich hab wohl nicht zugehört, als ich mit den Leuten... Willst du mich jetzt verarschen? Willst du mich verarschen? Junge, nicht dein Ernst. Junge. Junge. Oh, komm schon. Leute, schreibt mir bitte, bitte, bitte das Passwort in die Kommentare. 991? Leicht. Scheiße. Scheiße. Neun, neun, neun. Acht. Ne. Sieben. Ne, glaub ich nicht. Nein. 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 Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich brauch... Ich brauch die sehr. Fuck! Nein! Ich hoffe, das jetzt alles wieder hingebiegt ist, weil... Ich weiß, ich kann's nur für schweren Glück hoffen. Jawohl. Gut. Der hat neun gesagt. So, der hat neun gesagt. Der hat neun gesagt. Äh, der hat neun gesagt. Und... Ja, genau, jetzt kommt der Staubsauger. Geht, klar! Mehr Stimmt. 9, 9, 9, 3 mal 9, auf jeden Fall. Tja, Problem ist, was ist die vierte Zahl? Kann mir das bitte von euch jemand sagen? Alter, Digga, Digga, die Gatschuh, Social Network, Bitch. Was ist die C-Lagen? Da waren wir schon. Ja, nein, aber, boah, das ist jetzt echt ein Rätsel, Leute. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was das Passwort ist, ey? Ich hab sowas von vergessen. War es nicht, 7, 7, 0? Das hat doch dein Kind benutzt. Dein Kind, du bist jetzt gefragt. Tu mir den Gefallen und schreib mir das Passwort in die Gommies. Ich geb jetzt einfach 7, 7, 0 ein, wenn's falsch ist, dann kann ich dieser scheiß Apparat mal... Ich muss doch 9, 9, 9, 9, 9, 0. Das ist jetzt mal mit meiner Meinung. Boah, man rätseln. Ich kann nicht einfach irgendjemand diese scheiß Passwort sagen. Mann. Mann. Ist denn, Miria? Mann. 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 Der hat uns gesagt, das wäre nur neun. Ich will sie hier rutschen.